Und schon sind wir bei Lektion 4, der letzten Lektion dieses MOOCs. Hier geht es jetzt darum, die Studieneingangs- und Orientierungsphase gut abzuschließen, somit die Schwelle ins eigentliche Studium zu überschreiten und wirklich im Studium anzukommen. Denn erst mit einer erfolgreich absolvierten Studieneingangsphase können Sie wirklich in Ihr Studium losstarten. Das heißt, in dieser vierten Lektion geht es um das, was mache ich hier eigentlich? Ist das eigentlich das Richtige für mich? Die Universität, dieses Studienfach, diese Art und Weise, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen? Genau das reflektieren wir in Lektion 4 und gehen auch darauf ein, dass es natürlich immer schwierig ist, in etwas Neues einzusteigen. Ich möchte Sie also nicht ermutigen, gleich das Handtuch zu werfen, wenn es schwierig ist, sondern wir schauen uns an, wie motivieren Sie sich auch durch diese schwierige Phase, wenn man wo ganz neu ankommt und sich in unterschiedlichsten Bereichen orientieren muss, durchzukommen. Denn am Ende des ersten Semesters sind Sie nicht nur gefordert, Prüfungen abzulegen, sondern mitunter auch schon sich zu überlegen, wie Ihr weiteres Studium ausschauen wird. Sie müssen sehr schnell Entscheidungen treffen über Spezialisierung, Sie müssen sich schon anmelden für weiterführende Lehrveranstaltungen und deswegen ist es auch ein guter Punkt, hier nochmal zu schauen, was mache ich hier eigentlich? Ist es eigentlich das, was ich möchte und welche Strategien haben sich jetzt eigentlich bewährt in diesem ersten Semester?